Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen bei der First Audit Präsentation. Das System First Audit ist ein workflowbasierendes System, sodass das System in vielen Branchen eingesetzt werden kann. Ob in der Produktion, in der Qualitätssicherung, Überwachung von Aufgaben, Filialgeschäft und, und, und. Von der Technik ist es wie folgt aufgebaut. Auf der einen Seite haben wir das First Audit Portal, nennen wir es Steuerungsportal. Dort werden Aufgaben, Checklisten, Objekte etc. angelegt. Auf der anderen Seite die nativen, mobilen Apps Android und iOS. Diese sind 100% offline fähig und können bei Bedarf auch mit Sensortechnologie ausgestattet werden. Zusätzlich stellen wir eine Web App für Windows bereit. Das System steht Ihnen in unserer Cloud zur Verfügung, kann aber auch on-premise auf Ihrem eigenen Server betrieben werden. Sobald Sie sich bei First Audit angemeldet haben, befinden Sie sich im Dashboard. Zunächst müssen Sie einen Auditor anlegen. Gehen Sie dazu bitte auf Benutzer, Alle Benutzer und klicken Sie auf Benutzer anlegen. Bei Rolle wählen Sie dann Auditor und füllen das restliche Formular entsprechend aus. Bei Benutzer tragen Sie bitte einen eindeutigen Benutzernamen und ein Passwort ein. Diese werden für die Anmeldung an der App benötigt. Klicken Sie dann auf Benutzer speichern. Sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt einen Benutzer bearbeiten wollen, zum Beispiel weil sich die E-Mail-Adresse geändert hat, können Sie das tun, indem Sie hier klicken. Ebenso können Sie auch einen Benutzer löschen. Als nächstes legen Sie dann eine Checkliste an. Gehen Sie dazu auf Checklisten, Alle Checklisten und klicken Sie auf Checkliste anlegen. Geben Sie der Checkliste einen frei wählbaren Namen. Sollten Sie die Gültigkeit der Checkliste auf einen bestimmten Zeitraum begrenzen wollen, hacken Sie dieses Feld an. Sobald Sie nun in eines der Felder klicken, erscheint eine Datumsauswahl und Sie können den Zeitraum entsprechend festlegen. Ansonsten ist die Checkliste ohne zeitliches Limit gültig. Um der Liste nun Fragen hinzuzufügen, klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol. Hier haben Sie die Möglichkeit, den Fragentyp anzugeben. Sie haben viele verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Ferner können Sie angeben, ob diese Frage eine Pflichtfrage ist, ob Kommentare und oder Fotos möglich sind. Schließlich geben Sie hier die Frage ein. Alle anderen Werte belasse ich für dieses Video, wie sie sind. Klicken Sie jetzt auf Frage erstellen. In einem gesonderten Video werden wir Ihnen im Detail erklären, wie Fragen und Abhängigkeiten erstellt werden können. Kommen wir als nächstes zu den Datensätzen. Datensätze sind die zu inspizierenden Objekte, wobei es unerheblich ist, um welche Art Objekt es sich handelt. Im Grunde kann es alles sein, von der Maschine bis hin zu einer Erkundenliste. Eventuell muss auch die Endabnahme für eine Elektroinstallation gemacht werden und ein Datensatz könnte zum Beispiel eine laut Plan zu installierende Steckdose sein. Gehen Sie dazu auf Ressourcen, alle Datensätze und klicken Sie auf Neuen Datensatz erstellen. Geben Sie auch hier einen frei wählbaren Namen ein. Nun müssen wir mindestens eine Station im Datensatz anlegen. Zuvor können Sie aber auch die Spalten bearbeiten, indem Sie hier klicken. Hier können Sie nun die Bezeichnung der Spalte, die Position und die Sichtbarkeit festlegen. Ferner können Sie je nach Bedarf Spalten löschen und hinzufügen. Zum Hinzufügen der Stationen klicken Sie auf Bearbeitung, Aktivieren, Deaktivieren und anschließend auf Stationen hinzufügen. Geben Sie nun in den Feldern die entsprechenden Werte an, indem Sie auf dieses Pluszeichen klicken. Alternativ dazu können Sie die Stationen auch via CSV-Datei automatisch hinzufügen. Dazu laden Sie sich zunächst die Ihrem Tabellenkalkulationsprogramm entsprechende Musterdatei herunter, indem Sie eine der beiden Buttons klicken. Sobald Sie diese Datei entsprechend angelegt haben, kann sie hier hochgeladen werden. Klicken Sie zum Abschluss auf Bearbeitung, Aktivieren, Deaktivieren, um die Bearbeitung zu beenden. Als letztes bringen wir nun alle angelegten Komponenten in einem Auftrag zusammen. Gehen Sie auf Aufträge, Alle Aufträge und dann auf Auftrag anlegen. Nachdem Sie wieder einen Namen vergeben haben, wählen Sie einfach die einzelnen zuvor angelegten Komponenten aus. Generell können Aufträge mehreren Auditoren zugeordnet werden. Jeder erhält dabei seine eigene Checkliste. Wollen Sie gemeinsam an einer Liste arbeiten, wählen Sie bitte Kollaborativ aus. Hier können Sie entsprechend Berechtigungen auswählen. Kollaborativ bedeutet zum Beispiel, dass eine Person nicht alle Checkpunkte in der vorgegebenen Zeit schafft und deshalb die übrigen an eine andere Person übergibt. Beide Auditoren arbeiten dann an der gleichen Checkliste. Als nächstes kommen wir zur App, die Sie auf allen Endgeräten wie iOS, Android und Windows nutzen können. Ich werde hier die iOS-Version nutzen, aber alle anderen Versionen sind genau gleich aufgebaut. Installieren Sie die entsprechende App auf Ihrem Gerät. Nach der Installation starten Sie die App. Nun werden Sie aufgefordert, Ihren Registrierungsschlüssel einzutragen. Diesen haben Sie per E-Mail erhalten. Danach gelangen Sie zum Login. Geben Sie dort die zuvor im Backend eingetragenen Nutzerdaten und Passwort des Nutzers ein, mit welchem Sie sich anmelden möchten. Sie sind nun eingeloggt und bereit zur Nutzung von First Audit. Wie Sie die App bedienen, zeigen wir Ihnen in einem separaten Video.